hallo und herzlich willkommen auf zu einer neuen folge von sunhaven wir haben besuch bekommen stört uns im bett ich habe beunruhende nachrichten das schicksal von sunhaven könnte auf dem spiel ich muss sie sofort sehen was heißt denn so fort damit geht es tatsächlich nicht das heißt nur damit und da bin ich in der willen neuen farmer geworden er bitte mal das ist der erdbeben das ist aber cool weil das geht schneller wenn ich jetzt nur die 14 20 23 23 23 24 28 20 ich habe eine doppelte früchte bekommen ok 8 jeden dank auch dafür was ist eigentlich mit der schmiede gold sache hier kann ich hier nicht schmieden ok gut dann gehen wir mal die ist noch nicht wach oder schläft lange oder dann wenn wir erst mal die bibliothek eingeben könnten vielleicht paar mana bücher liegen amanda hat sich willkommen ich bin amanda die bibliothekarin bitte behandeln meine bücher mit respekt mein name ist freut mich sicher bist du das wie auch immer leise wenn du hier bist ok ich will aber ehrlich jetzt nicht die ganze bücher lesen dachte dass es vielleicht etwas cooles gibt hallo du bist doch eine interessante person was kannst mich nennen aber was soll ich wie soll ich dich nennen du kannst mich vorgeln an der bauer irgendwann musst du mir mal alles darüber erzählen meine landwirtschaft landwirtschaft meine ich und natürlich meine ich irgendwann anders als jetzt gut das war die bibliothek irgendwie unspektakulär als ich dachte wir schließen jetzt mal kurz mission da oben ab so bitte zum drachentreff jetzt ist sie wieder unfreundlich ok du bist endlich hier meine vermutungen waren korrekt ein starker zauber wurde über die monster von der stadt mit wizzagate gecastet verzaubert welcher eine ewige dunkelheit kreiert hallo mein englisch ist wieder unpoint dieser zauber verhindert dass mein eindringen in die stadt und die quelle dieser und die quelle dessen ist der mond drachen dino 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 hat sich selber konzils jung eingesperrt ich glaube das ist aber der falsche begriff egal ich glaube daran dass du nach sunhaven gekommen bist mit einem grund ich glaube daran dass du gesegnet bist und ich stelle große kraft in dir fest oder ich ja sonst ja deine kraft ist der schlüssel zum erfolg ich kann selber nicht deinos konfrontieren du musst äh ihn stoppen du musst äh ihn stoppen du musst deine seine schwarze energie stoppen progerill oder dunkle energie dunkle energie wäre richtig ich realisiere dass ich dich nach einem schweren weg frage aber du musst ihn nicht alleine gehen für ratschläge reise richtung westen zu elfen city bei nelt warin und finde den welten drachen niwara ich weiß dass elfen city eine mythe bei den menschen ist aber es ist wirklich kite oder es ist real wie die wie die erde unter unseren füßen eintritt zu bekommen wird schwierig sein vor der eingang liegt tief im westen westen wald und die elfen äh halten ihn versteckt welchen sie äh vor denjenigen die sie nicht als freunde wahrnehmen oder ja wie äh wie du deine freundschaft zu den elfen auf nelvari äh äh beweisen kannst ich weiß es nicht die elfen halten ihre kultur für heilig ich denke du solltest mehr über elfen lernen und kannst du vielleicht ihren vertrauen gewinnen ich habe auch ein paar äh äh sachen die ich dir beibringen kann um deinos zu vor deinos zu bestehen oder sowas aber du musst äh aber deine stärke muss wachsen bevor du mit mir trainieren kannst aber hauptsächlich ist es dein äh dein fahrt den du wählen kannst aber lass sei gewarnt deinos jetzt zu bekämpfen in deinem jetzigen zustand wäre sehr gefährlich ich rate dir trainieren mit niwara und mit mir bevor du den mond dragon den mond drachen konfrontierst aber natürlich ist das deine reise also geh jetzt bereite dich vor und du musst deinos konfrontieren und sunhaven vom der dunkelheit vom dunklen schicksal retten ja gut danke auch für nichts das war anstrengend das war richtig anstrengend gut 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 egal ähm 20 peperoni jetzt noch nicht gekauft oh doch die habe ich gekauft oder wie viel waren es nochmal 20 es waren nochmal 20 und ich habe sie auch noch nicht gegossen das kommt auch noch dazu so soo 20 peperoni bitte einmal wieder wie viel wie viel money ich da lasse 6.000 gold ich habe heute nicht wirklich zeit um das zurück ich weiß wie sie was muss ich tun ich habe gehofft dass du einmal eine besuche drücken kannst ja komm dann mache ich noch eine zweite quest für dich hier sieht das jetzt aus ja wenn die leute eigentlich nichts mehr selber machen so wenn ich den regen zauber habe dann wird es auch wirklich ein stück entspannter auf level 10 habe ich ihn dann auch aber soo soo ich muss sagen ich bin schon ehrlich froh dass es eine englische übersetzung dessen gibt eine deutsche übersetzung dessen gibt von äh ich habe wieder seinen namen irgendwas mit potato war es äh sonst wäre es absolute katastrophe für mich dieses spiel zu spielen also ich verstehe ja englisch ziemlich gut aber das zu übersetzen boah ich merke schon dass es hart soo wie wäre es mit den erdbeeren 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 soo Ruhe in Mahnabu. So, und hier sieht man, dass nichts gewachsen ist, coole Sache, nicht. So, und hier sieht man, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. So, den Wald haben wir auch. Ist hier irgendwas, was ich wirklich brauchen kann? Nein. Danke dafür. Ja, das mit meiner Generation ist schon... Nicht ganz so ideal. So, ich bin gespannt, welche Quest als erstes gemacht wird. Also wir brauchen die Bestätigung vom Führer, die Erlaubnis vom Führer oder so. Irgendwie sowas vom Führer, sag ich schon, vom... Weiß nicht, was der ist, ja. Älteste oder was auch immer. Äh, ne, wir brauchen von Lucia. Ja, und das Buch halt mit auch zurückbringen. Und dann laufe, bla bla bla, will selbst gerne, niemand hat in der letzten Minute Sitzung mit mir vereinbart. Ich würde dich jetzt fragen, was soll ich hingehen? So, ich brauche die Erlaubnis für das Buch. Ich bin froh, dass ich dir helfen kann mit meiner kompletten Kraft, bla bla bla. Das Buch, wonach du guckst, ist ein Artefakt von Sun Havens und ist generell außer Reichweite von dir. Da Helios dir diese Aufgabe gegeben hat, werde ich dir die Erlaubnis erteilen. Aber unter einer Bedingung, natürlich unter einer Bedingung, weil man kann es ja auch nicht einfach... Die Texte sind, äh, alt und fragil, sodass sie nicht, ähm, sicher zu handeln sind mit der Hand. Du musst Schaden vermeiden, dadurch brauchst du eine spezielle Handschuhe aus Seide. Das scheint, die Maßnahmen scheinen dumm zu klingen. Aber das ist die einzige Sache, die Sun Havens alte und most... ...und... ...wertvollste Texte schützt. Okay, ich muss blöde Handschuhe craften. Und ich muss noch ein Cookie Gong. Wie viele Bücher muss ich denn nackt zurückgeben? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal, 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 ich würde sagen, ab geht's, schlafen und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder und helfen spiele, bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.